Hallo und herzlich willkommen zu gefliegten Lego Unterhaltungen. Schönen guten Tag. Wir sind dabei fleißig Funfacts aufzunommen. Warte. Lego Movie und zwar der Bed Corp. Der Bed Corp auf Lego Movie. Einmal ran drüben bitte. Ja genau. Chiki 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 chiki. Ich dachte schon wieder der Bed Corp drin. Ja auch. Als Fahrzeug hatte mein Auto dabei. Ja das ist witzig. Ein Police Card. Wollte er noch fahren. Oder Motorrad halt. Wollte er noch fahren. Neu Cycle. So, mal gucken wir das jetzt mal schaffen so schnell zu sein wie du hier. Es geht hier nicht um schnell. Doch genau darauf kommt es an. Nein. Ah. Speed Building ist da. Wer den Film kennt, kennt auch Bad Cop. Weil der ist ja, hat ja zwei Gesichter. Einmal dieses Freundliche. Genau. Und dann diesen Enqueen. Das ist cool. Der rät sich immer ne. Ja und dann dieser Böseweg tradiert ja dann das Gute aus. Das Gute Gesicht. Da bin ich jetzt ein paar Tage nicht gesehen. Müsste ich mal wieder. Ja, den kann man sich wirklich öfter angucken. Das wäre gut. Soll ja auch ne Vortestung gehen. Ja, soll. Warum macht man das? Ist der nicht sogar schon angekündigt für 2018 oder so? Weiß ich jetzt gerade nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Irgendwas habe ich dann mal gelesen, glaube ich. Ja, aber war ja klar. Wenn das Erfolg hat, dann weißt du selber. Ja, man muss nicht jede Kuh melken, wenn sie umkippt. Ist doch wahr. Ja. Manchmal nicht, ne. Man kann doch einfach mal sagen, war ein Erfolg, war gut. Aber nicht umsonst haben sie damals ja darüber nachgedacht, sogar Titan zu einem Teil zu machen. Ja, richtig. Das wäre ja auch so ein Unding. Da musst du nochmal umgehen. Ja, irgendwie weiß ich nicht, was sie machen sollen. Ja, ich weiß. Da haben sie ja auch einen Haufen hinterher geschossen damals. Guck, der hat einen Laser in der Hand, dann kann er die Geschwindigkeit messen. Ja. Geile Sache. Der böse Kopf. Bad Cop und Batman. Genau. Der Fledermauspolizei. Jupp. 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 Okay. Jupp. 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 Welche Musik ist das nochmal? Jupp. Nicht Slowwalzer, der andere. Jupp. 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 Komm, beim Robi-Werkzeug. Nee, ist richtig. Jetzt passt aber alles nicht mehr, oder? Doch, jetzt passt es. Dann kannst du ja weitermachen. Ich hab ja die Hälfte schon... Ich blitz dich in der Zeit. Ist klar. Bad Cop, Bad Cop. Ja, da gab es noch ein Lied, ne? What you gonna do, what you gonna do. Ja, hieß aber nur Bad Boys, aber okay. Bad Boys, ja. Ja, okay, okay, okay. 90er halt, ne? War das, glaube ich, auch. Vielleicht nicht sogar noch 80er war. Echt? Ich weiß auch nicht, von wem es war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich gerade auch nicht. Obwohl ich Musikkenner bin. Schon über meine Haut. Apropos Musik. Ich war ja gestern noch auf einem Konzert und da haben wir auch das Neue von den Hosen gespielt. Unter den Wolken. Ich glaube, das habe ich bisher nur einmal im Radio gehört. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Ja. Ich war nicht von denen und nicht gehöre. Ja, genau. Hm. 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 Irgendwie. Irgendwas. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas habe ich da falsch gemacht. Ja. Ja, guck. Da ist irgendwie keine Lücke zwischen. Ja, weil da noch kleine drauf kommen, ja. Ach so, ein Zweier kommt da noch drauf. Ah, ja. Ach so, ein Zweier direkt. Ja, siehst du. Dann macht er den da drauf. Ich dachte zwei Einer, aber das geht natürlich. Oh. Ja, steht da drauf. Ja, ist ja gut. So, kriegst du dann natürlich Polizeisein hier. Ganz richtig. Und ruf damit. Und ruf. Das war es schon. Noch ein paar. Yeah. Dann muss man sich echt entscheiden, welche man nehmen. Aha. Nach einer Zeit. Wie meinst du das? Ja, aber ich habe ja schon so viel aus. Naja. Abwechslung, ne? Ja, weiß ich nicht. Das war ein schnelles Video. Ja, manche gehen zügig, manche nicht. So sieht's aus. Hm. Kannst auch wieder umbauen. Mhm. Alles klar. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja. Vielen Dank.